hallo ihr lieben ich habe heute mal wieder was neues und ich kann schon mal vorwegnehmen mir hat sehr viel spaß gemacht und habe auch ganz viele ideen was ich noch mitmachen möchte und ich möchte dieses mal ein bild mit strukturpaste machen und auf leinwand und es haben bestimmt manche schon diese typischen bilder gesehen die aus strukturpaste gemacht werden mit diesen rillen da drinne wofür ich jetzt auch das rote brauche was ich da hingelegt habe diese ja ich glaube spachtel kann man das nächste nennen aber ich habe eben auch noch aus früheren projekten habe ich noch den spachtel selber also so ich weiß nicht mehr wie man es nennt und dadurch war das für mich jetzt mir haben gerade die worte gefehlt war das jetzt tatsache für mich echt schön weil ich halt das ausprobieren konnte wo ich die bilder halt selbst halt ganz schön fand ich kann auch schon vorweg nehmen ich habe mein bild ja auch ein bisschen koloriert also nicht komplett ich hatte noch überlegt ob ich es dann doch komplett koloriere und farbig alle teile mache aber habe mich dann dagegen entschieden und würde jetzt zum beispiel beim nächsten mal würde ich wahrscheinlich das ganze noch mal ein bisschen anders mit den erfahrungen jetzt machen aber wie gesagt für mich hat es unheimlich viel spaß gemacht und als erstes ist tatsache sehr reichhaltig die pasta aufzutragen so glatt wie möglich und aber eben halt auch so viel wie möglich das einfach damit da ein bisschen material vorhanden ist um dann eben diese strukturen einzuarbeiten probiert da einfach mal so ein bisschen schaut euch mal was für ein gefühl ihr da habt ich glaube ich hatte ein zwei stellen wo ich es vielleicht noch ein bisschen hätte mehr machen müssen aber das war jetzt auch okay für mich und aber alleine schon dass das hatte irgendwie was vom meditativen backen und spachteln also wer zum beispiel mal eine torte gemacht hat mit zum einstreichen oder wer vielleicht eben auch aus dem bauhandwerk kommt der kennt so ne sachen ja auch und also wie gesagt alleine das hatte schon irgendwie hatte irgendwo was meditatives die ränder übrigens nicht vergessen das ist ein wichtiger part den ich zumindest für mich selber immer sehr wichtig finde ich habe es leider in mir sind ein zwei stellen durchgerutscht wo es nicht ganz so schön sauber jetzt war aber das hat sich jetzt so ein bisschen ausgeglichen ich habe es dann irgendwie doch noch hinbekommen nach dem trocknen aber wie gesagt da im zweifel dann natürlich auch schauen dass die ränder auch ordentlich sind dass sie sauber gemacht gestrichen sind und genau und aber eben auch die basis schon relativ glatt machen ich habe eine freien feinstruktur passte und war für mich jetzt eben auch die richtige es gibt ja auch welche die ist noch ein bisschen gröber falls übrigens meine stimme aktuell so ein bisschen kratzig klingt irgendwie weiß ich nicht hat sich meine stimme so ein bisschen verabschiedet über das wochenende und dementsprechend nicht wundern wenn es dann eben so ein bisschen kränklich klingt bin aber nicht wirklich krank in dem sinne jetzt sondern wirklich nur die stimme hat entschieden sie möchte nicht mehr ganz da sein ja ansonsten hier seht ihr schon ich ziehe das ganze sehr glatt oder versucht das zumindest schön glatt zu ziehen einfach weil dann die strukturen viel viel schöner kommen und gebt euch da einfach so ein bisschen zeit und versucht da so ein bisschen also ihr müsst nicht auf zeitdruck da jetzt machen weil ihr angst habt das trocknet so schnell das ist tatsache ein wunderschöner vorteil von dieser strukturpaste man hat nicht diesen extremen zeitdruck und kann sich da einfach auch ganz viel zeit lassen und zu gucken passt das jetzt für einen ist das schön ist das toll wie auch immer ihr könnt auch noch mal korrigieren ich glaube ich hatte eine stelle ich bin mir gerade nicht mehr sicher ich glaube eine stelle hatte ich jetzt auch noch mal korrigiert gehabt dann weil ich das nicht ganz so schön fand und aber auch da sind geschmäcker immer verschieden und dementsprechend nach gleich die erste stelle ich habe es nicht mehr gewusst ich vertone ja immer nach und nicht alles behalte ich immer in erinnerung wie es gemacht habe und sehe es dann halt eben auch erst noch mal ich mache in der regel das nachvertonen auch immer als so einen typischen one taker ganz selten wenn zum beispiel irgendwie bei mir an der tür klingelt das telefon klingelt dann muss ich natürlich pausieren das nehme ich natürlich wieder raus aber ansonsten versuche ich die sachen sowohl das film einfach so viel wie möglich für euch einfach drin zu lassen und aber auch das vertonen ich finde das auch immer ich persönlich zumindest sehr angenehm wenn da einfach das einfach frei schnauze gemacht wird und ja ja ich weiß nicht ob jemand ich weiß gar nicht wie aktuell das letztendlich ist ich habe 390 abonnenten aktuell und will damit sagen erstmal vielen vielen herzlichen dank ich weiß das zeige ich in jedem video aber für mich ist das nicht selbstverständlich ich habe halt viel mit den shorts aktuell gemacht wo ich halt so ein bisschen was aus dem alltag gezeigt habe mit meinen meerschweinchen und das war dann für mich halt so ein bisschen immer ein ausgleich ich werde bestimmt nicht extrem viel aus meinem alltag zeigen ich habe einfach auch einen hauptberuf der wo ich aufgrund des datenschutzes nicht wirklich was zeigen darf auch dementsprechend würde nur vormittags und also frühs und abends die möglichkeit geben und da muss ich mal sagen dass ich frühs nicht die zeit dafür habe wer kennt und ich hab's abends bin ich meistens unglaublich müde und ja aber vielleicht nehme ich euch bei meinen freizeitaktivitäten mal mit dass ich euch einfach mal beim gesangsunterricht mitnehme oder beim keyboard unterricht das muss ich aber vorher absprechen weil dann sind ja auch die lehrer mit bei mit drauf und das muss ich vorher besprechen das geht nicht einfach so und genau aber was ich eigentlich sagen möchte vielen vielen dank auf jeden fall egal aus welchen gründen jemand jetzt zu mir gestoßen ist ich freue mich wie gesagt sehr und hoffe dass ihr so ein bisschen spaß an den videos habt schreibt mir im zweifel auch gerne wenn ihr gerne noch was sehen möchte und lasst mir auch gerne daumen nach oben da egal ob bei den shorts oder bei den normalen youtube videos die ich einmal in der woche hochladen immer sonntags da lade ich ja einmal um 12 das bastel video hoch also das jetzt so und ja und dann eben um 16 uhr noch mal ein musikvideo ich bin so ein musiktyp und dementsprechend freue ich mich da immer wenn ich auch einfach mal abends weg hier je nachdem ich schaff's nicht jede woche das einfach auch ein kräfteding meinerseits ich habe eine chronische erkrankung wo einfach meine kräfte so ein bisschen geschaut werden müssen dass da mein haushalt gut passt und ja ja ihr seht schon was ich gerade gemacht habe um wieder aufs eigentliche thema zu kommen mit diesen ich weiß nicht wie der fachbegriff da ist mit so einem spachtel mit so einer struktur ziehe ich solche kreise hier seht ihr schon da gibt es so einfach stellen wo ich glaube ich einfach zu wenig gemacht habe das seht ihr dann auch schon und dadurch muss ich da so ein bisschen schauen wie es am besten funktioniert und wie gesagt das ist so ein gefühls ding ich glaube beim nächsten wird es auch wieder ein bisschen besser und werde dann da auch so ein bisschen sicherer auch werden wie gesagt ich will es einfach nochmal machen erstens habe ich noch paste und will die natürlich auch nicht vertrocknen lassen und aber ich mag sie halt auch einfach vom kreativen her das mal wieder was anderes zum epoxitat zum acrylipurium wobei das habe ich auch lange nicht gemacht fällt mir dabei gerade ein und ja ich suche ja immer so ein bisschen eine neue herausforderung auch oder einfach auch was was ich so noch nicht gemacht habe wo ich aber das gefühl habe das kann für mich gut passen und ich habe zum beispiel auch schon eine weihnachtsdeko gemacht also da seid gespannt das werde ich glaube ich nächste woche hochladen weil dann die woche drauf dann ist der erste advent und ich glaube dann habt ihr zumindest noch so ein bisschen zeit euch da die deku selber zu machen und wobei das auch nichts schwieriges ist na also keine sorge ihr braucht da nicht viel schwieriges ich habe eins was was ich selber noch nie gemacht habe ich muss mal schauen ob ich das tatsache dieses jahr hinbekomme ich habe das bei einer anderen youtube youtube gesehen vielleicht sagt euch das deko ideenreich die hat letztes jahr nämlich ein stern gebastelt er ist unheimlich aufwendig aber ich hätte total bock drauf das ganze zu machen und dementsprechend ich hoffe das krieg hin weil es wirklich echt aufwendig aussah einfach weil viel gefaltet werden musste und dementsprechend muss ich echt mal schauen ob ich mir das zutraue aber ich muss noch mal schauen je nachdem wie die zeit sich jetzt so anbietet ja ansonsten hier ihr habt da alle möglichkeiten die ihr wollt es gibt ja auch man kann zum beispiel auch gabeln nehmen oder andere sachen außen haushalt man kann sich zum beispiel auch alufolie zum beispiel machen und dann so leicht zusammen knüllen dann hat das ja wenn man da drauf geht mit der alufolie zum beispiel auch so ein bisschen diese strukturen die man damit beeinflussen kann und auch das würde ich total gerne mal ausprobieren einfach mit unterschiedlichen haushaltsmöglichkeiten dass man eben nicht zusätzlich noch so ein spachtel kaufen muss oder so also dementsprechend müsst ihr mal schauen was für euch vielleicht am schönsten ist hier habe ich zum beispiel auch ich habe den kreis gezogen und habe aber dann festgestellt ich fand den kreis jetzt nicht so toll und habe den dann als plattes gemacht also ich habe jetzt nicht die struktur drin gelassen sondern habe eben den kreis erkenntlich gezeigt zwar aber eben zum teil platt und dadurch da ist halt wirklich was wo ihr dann euch total kreativ austoben könnt ein teil könnt ihr euch bestimmt auf pinterest zum beispiel auch anschauen um da mal zu schauen was da so andere auch gemacht haben ich hatte mich jetzt für das typische entschieden was man halt auch oft im laden sieht und genau also da schaut gerne mal einfach mal das war jetzt einfach so meine idee wie ich es jetzt für mein erstes mal umgesetzt habe und ihr seht wie gut oder manche dinge nicht ganz so gut funktioniert haben aber wie gesagt für mich ich mag das ergebnis trotzdem ich habe es dann circa ich werde jetzt nicht lügen ich habe zwar eine woche letztendlich liegen gelassen das aber mehr aus zeitmangel ich glaube dass es nach dem tag auf jeden fall schon gut durchgetrocknet war auf der verpackung stand zwei bis drei stunden beziehungsweise in der beschreibung von wo ich es gekauft hatte und dadurch glaube ich dass das auch schon nach einem halben tag getrocknet ist wie gesagt ich habe es jetzt eine woche liegen gehabt weil ich einfach nur am wochenende immer dazu komme das ganze zu machen das um ein mentaler ausgleich das basteln und genau so hier seht ihr jetzt das ganze getrocknet ich habe da so ein bisschen den turbo reingeschaltet weil ich glaube an meinen kann glaube ich jeder ich wollte jetzt nicht raus schneiden aber ich werde ein teil rausschneiden aber nicht komplett und damit ihr einfach so ein bisschen seht was da so passiert und dadurch lasst euch da jetzt nicht verunsichern wenn jetzt nicht alles drauf ist aber wie gesagt anmalen ich glaube manche punkte hätte ich vielleicht jetzt auch anders gemacht aber eigentlich auch wieder nicht ich habe mich zu einer mutigen kombination jetzt entschieden gehabt nämlich zu so einen blau grünen farbtönen weil ich so ein bisschen ich bin so ein farbetyp viele haben ihre bilder mit so beige tönen beige gold äh pastel rot gemacht und echt dachte mir ich bin mutig ich nehme das blau grüne und dementsprechend glaube ich ist das einfach mal auch eine wunderschöne andere variante so ein bisschen schwierig war es weil man sehr genau hingucken musste ob man jetzt alle lücken erwischt hat dadurch diese strukturen muss man halt schon so mit dem pinsel ein bisschen mehr rein drücken damit man eben auch diese kleinen zwischenräume halt auch gut trifft hier habe ich jetzt schon die zweite farbe jetzt angefangen bei der dritten farbe war ich mir tatsache ein bisschen unsicher weil die doch mehr blau stichig war dadurch bin ich manchmal auch mit dem pinsel nochmal in das grüne reingegangen so dass halt so eine mischung so eine bessere mischung halt entstanden ist also dadurch auch da ihr könnt auch ein batik look machen ihr könnt so und so ein wie nennt sich das bei haarfarben nennt sich das glaube so ein so ein balayage wo sich das so schön ineinander fließt also auch das ist möglich ihr habt da so viele möglichkeiten und ich mag es halt sehr weil man da einfach mit diesen strukturen schon so was unglaublich schönes macht und wenn man das ganze dann nochmal mit farbe gibt dann dann macht das einfach nochmal viel mehr irgendwie aus ich habe rückwirkend so ein bisschen gedacht okay ich glaube das blau hätte ich lieber weglassen sollen ich hätte es dann so lassen sollen aber auch das wie gesagt mir gefällt es also ich würde es jetzt gar nicht schlecht reden das gibt nur manchmal ich glaube das kennt auch jeder wer irgendwie selber bastelt manche sachen sind einfach so rückwirkend würde man vielleicht dann doch anders machen und ja ja die ränder mache ich hier logischerweise auch immer mit damit einfach dieses rundum paket einfach so passt und ja ja ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe wir sehen uns nächste woche sonntag wieder und wünsche euch einen wunderschönen restlichen sonntag noch und ich hoffe bis bald Miles Unfguard You mich hier hier auch t